Was tut Not? Was ist das Bessere? Wer hat ein Herz, das ihn nicht verdammt? Wer kennt den, dessen Herz größer ist? Wer hat ein Herz, das ihn nicht verdammt? Wer hat ein Herz, das ihn nicht verdammt? Wer hat ein Herz, das ihn nicht verdammt? Er schenkt ein neues Herz, legt in uns einen neuen Geist, so ist man sorglos und ruhig zum Dienen bereit. Beschenkt mit dem Liebenden, liebend ist immer die bessere Zeit. Jesus kehrt bei uns ein. Lasst uns kochen, putzen und flitzen und mit Brot und Wein zu seinen Füßen sitzen. Jesus kehrt bei uns ein. Lasst uns kochen, putzen und flitzen und mit Brot und Wein zu seinen Füßen sitzen. Lasst uns kochen, putzen und flitzen Wenn es nicht so ist, schenkt mit Brot und Wein zu sein. Es war es, das war es, was heißt. Schenkt mit Brot und Wein zu sein. Es war es, was wir hier noch nicht mehr, bis hin zu, die Rast. Wir schenken wie es nicht dringend vermmt.